Hallo zusammen, vor mir steht Leon, mein Name ist JR und das Video hier dreht sich jetzt um Arma 3 mit dem Thema Bullet Cracks, von dem ich keine Ahnung hab, genau Leon, und du schon, deswegen wirst du uns jetzt alle schlauer machen, hoffe ich mal. Äh, bevor wir, bevor Leons Rede schmal gleich beginnt, zur Info, ähm, dieses Spiel ist total Vanilla, also, ähm, alles was ihr hier seht, ist total ohne Mods, 100% ohne Mods. Ja, genau. So, Leon, was, 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 was willst du jetzt? Das war eine spontane Sache, die meisten von euch da draußen und auch Rosi selbst hatte davon bis vor kurzem keine Ahnung, es geht um ein kleines physikalisches Phänomen, und zwar Bullet Cracks. Was das genau ist, erklär ich euch jetzt. Wenn man auf euch schießt, habt ihr vielleicht mal mitbekommen, dass ihr dann so ein Psch, Psch, hört. Ständig, wenn ich draußen bin, ja. Ja, viele denken dann, äh, da schießt ihr mal mit einer schallgedämpften Waffe auf euch, kann natürlich der Fall sein, in der Regel, äh, nimmt man mal was anderes wahr. Ich demonstriere das mal ganz kurz aus nächster Nähe. Achtung! Klingt ziemlich schrill, ne? Ist wie so eine, wie so eine Art Peitschenschlag. Ja. So, was man da jetzt gerade gehört hat, ist natürlich zum einen die Waffe selbst, aber dieses laute Zischen ist der sogenannte Bullet Crack. Okay. Ist letztlich nichts anderes als, oder ist es dasselbe Phänomen, wie wenn ein Jet mit Überschall, äh, vorbeifliegt. Genau das ist auch der Stichpunkt. Vorschlag, damit man diese beiden Geräusche jetzt besser differenzieren kann, gehst du am besten mal weiter weg und schießt nochmal in meine Nähe und kannst das der mal erklären. Ich glaube, dann ist es das Beste für alle. So, ja, Leon ist jetzt weg. Keine Ahnung, wo der ist. Der wird gleich auf uns schießen. Und, ja. Von irgendwo da hinten, ne? So, ich komme jetzt wieder und das ist das Ding, du hast gesagt, irgendwo da hinten. So, also, erst nochmal, Bullet Cracks. Das ist nichts anderes, als wenn ein Jet an euch vorbeifliegt mit Überschallgeschwindigkeit oder jedes andere Objekt mit Überschallgeschwindigkeit. Dadurch, dass dieses Objekt, in dem Fall das Projektil, mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, komprimiert ist, also verdichtet ist die Luft vor sich so stark, dass es ein Geräusch von sich gibt. Das ist dann dieses laute Krachen. Man kennt das ja bestimmt aus Videos, wenn ein Jet irgendwie ankommt, man hört erst nichts und auf einmal macht es dann krank. Und genau dasselbe passiert auch mit dem Projektil. Das Ding ist, das ist nicht wirklich direkt positional. Das heißt, ihr werdet diesen Bullet Crack da hören, wo die Kugel an euch vorbeifliegt, aber nicht dort, wo der Schütze ist. Eben, Moment, eben hast du links und rechts an mir vorbeigeschossen, ne? Genau. Ja. Ja, auf diese kurze Distanz ist es schwer zu lokalisieren. Ja, das ist sehr, sehr schwer zu hören. Ja. So, das Ding ist jetzt, das bedeutet, wie in der Realität, da Arma das ebenfalls darstellt, ist es extrem schwierig, in manchen Situationen herauszufinden, von wo auf einen geschossen wird. Denn dieses Überschallkrachen ist extrem laut. Und gerade wenn man dann auch mit einer schallgedämpften Waffe schießt, dann wird es richtig unangenehm für einen. Und das demonstrieren wir jetzt mal. Also einmal nochmal der Vergleich. Ohne Schalldämpfer. Ich schieße jetzt nochmal. Okay. Nehmen wir an, kurz darauf hat man dann nochmal die eigentliche Schüsse gehört, oder? So. Ich packe jetzt schnell einen Schalldämpfer drauf. Na? Okay. Da hört man nur den Bullet Crack. Den Schützen könnte ich jetzt nicht ausmachen. Schieß nochmal. Nochmal, Moment. Modus raus. So. Ich weiß nur, dass sie hier links irgendwie an mir vorbeifliegen, also irgendwo. Genau, du hörst es nämlich nur da, wo das Projektil sich wirklich im Raum befindet und an dir vorbeikracht. Das Ding ist, es ist ja schneller als der Schall, das heißt, du hörst es nicht ankommen. Aber du hörst, wenn es an dir vorbeikracht und die komprimierte Luft dann zur Seite schiebt. So. So klingt das dann. Wir kommen jetzt wieder ran. Wir machen auch gerade weiter mit was ganz Wichtigen. Am Rande erwähnt, viele wissen es, sollte eigentlich auch klar sein, wenn man länger Arma gespielt hat, aber nochmal zur Information. Gerade bei Schussgeräuschen simuliert Arma die Schallgeschwindigkeit. So, ich habe jetzt meine Position markiert. Rosi, siehst du, wo ich bin? Ja, Leon, grüner Rauch. Grüner Rauch, genau. Siehst du mich auch einigermaßen gut, sodass du erkennen könntest, wenn ich schieße? Ja, ich habe jetzt der Rangefinder auf dich gerichtet. Sehr gut. Dann seht ihr ja, wann ich schieße. Und dann schaut mal, es wird ein bisschen dauern, bis der Schall letztlich zu euch kommt. Na? Das ist jetzt die Simulation der Entfernung, ne? Genau. Also Schall, es ist so ein Ding, man sagt so grob 342 Meter pro Sekunde, aber letztlich sind das ja alles Wellen, die sich durch die Luft ausbreiten. Das heißt, es hängt doch nochmal von der Luftdichte, von der Luftfeuchtigkeit etc. ab. Aber in Arma sind es, glaube ich, sogar rund 343, 342 Meter pro Sekunde. Ja, da du jetzt 280 Meter weit weg wirst, dürften das so 0,8 Sekunden sein, ne? Genau. Jo. So, nächstes großes Thema sind Schalldämpfer. Möchte ich immer grob anreißen. Wir sagen jetzt, ja okay, also so Schalldämpfer machen ja leise, ne? Aber dadurch wird das Projektil ja auch hier verlangsamt und so, ne? Das ist auch so. Das Projektil wird nicht verlangsamt. Ja, aber guck mal, dieser, ich weiß nicht, da ist dieses ganze Ding, dass das, äh, was macht das denn nochmal? Es schluckt doch den Schall. Genau, das wollte ich gerade sagen. So, also was passiert denn, wenn man eine Waffe abfeuert? Da drin baut sich Energie auf durch die Zündung. Diese Energie schleudert letztlich das Projektil da raus. Ja. Das ist auch einer der Faktoren. Und das, was man dann hört, unter anderem als dieses, als einen eigentlichen Schuss, ist dann tatsächlich, äh, quasi das Gas, diese Explosion, die dann ruckartig austritt auf dieser kleinen Fläche. Ein Schalldämpfer macht jetzt nichts anderes, als dieses Gas nochmal auf einen etwas längeren oder auf einen etwas größeren Raum zu verteilen. Deswegen sind die häufig ein bisschen dicker und auch länger, sodass dieses, sodass dieser ganze Druck sich sowieso schon mal ein bisschen entladen hat und dann nicht mehr auf so einer kleinen Fläche, sondern auf einer etwas größeren Fläche nicht mehr so ganz verdichtet rauskommt. Moment, 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 willst du jetzt sagen, dass die Treibladungsgase in den Kugeln, wir gehen jetzt irgendwie schon sehr in die Materie hier rein, dass die auf dem, dass die die Kugel weiter beschleunigen auf einer längeren Fläche, weil der Lauf länger wird? Richtig, genau. Aber dem entgegen steht doch, dass die Reibung durch irgendwas, oder nicht? Nee, 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 nee. Da wird einfach nur, die Energie wird weiter komprimiert. Das Ganze lässt sich zum Beispiel auch bei Scharfschützengewehren gut beobachten. Die haben ebenfalls einen langen Lauf und genau das ist letztlich eigentlich auch nur ein Schalldämpfer. Das ist ein längerer Lauf, deswegen stabilisiert ein Schalldämpfer sogar in der Regel die Projektile noch und erhöht die Austrittsgeschwindigkeit des Projektils leicht. Das heißt, viele denken, okay, aus Call of Duty, Schalldämpfer macht kugelschwach. Nein, beziehungsweise Projektil ist nicht so. Schalldämpfer hat eigentlich echt nur Vorteile und die Dinger sind ganz schön krass. Bis auf, naja, in der Realität, du hast einen Megafiech da rumhängen und naja, ist halt schwierig, wenn man so ein langes Ding hat. Richtig, genau. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Zum einen, ein Schalldämpfer, das verlängert deine Waffe halt. Das heißt, du musst aufpassen und das ist absolut dann nicht mehr so gut für den Nahkampf geeignet. Also Häuserkampf wird mit einem Schalldämpfer nicht so schön, aber ist ja häufig auch nicht der Sinn. Aber in AMA ist das jetzt alles irrelevant. Würdest du mir jetzt also sagen, in AMA, naja, ich hätte jetzt gerne dieses ballistische Dingens da, wie das zeigt, wie viel Energie man wo hat. Also ich könnte schwören, dass ein Schalldämpfer, dass das Ding da mit weniger Energie, also das AMA ist so symbolisiert. Dann wird die Ausdruckgeschwindigkeit, glaube ich, sogar auch erhöht durch Schalldämpfer. Die haben da auch Multiplikatoren in der Config, soweit ich weiß. Also entweder wird es gar nicht angetastet oder es wird sogar noch weiter erhöht. Ja gut, ich weiß nicht, aber ich bevorzuge es trotzdem, ohne Schalldämpfer zu spielen, aus irgendwelchen Gründen. Ich will, dass was kracht, wenn ich auf jemanden schieße und ihn leiden lasse, ich weiß nicht. Apropos noch ein kleiner Soundfact, bevor wir zum letzten Thema gehen. Was man ebenfalls hört, wenn man eine Waffe abfeuert, ist eben nicht nur das eigentliche geräuschte Waffe und die mechanischen Teile der Waffe, sondern eben auch, wenn man mit Überschallmunition schießt, das ist ebenfalls auch dieser Bullet Crack, der von der Umgebung reflektiert wird. Da gibt es ein ganz feines Video, das ihr hier gerade seht. Und in diesem Video kann man sehr gut hören, diese Waffe hat eine Austrittsenergie, die das Projektil mal auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt und mal auf Unterschallgeschwindigkeit. Das heißt, manchmal hört man das Echo der Umgebung von diesem Bullet Crack. Das macht dann... manchmal hört man einfach gar nichts. 11.50 10.80 10.90 10.90 10.90 10.90 So, das bringt uns dann zum nächsten Thema. OLEON, Schalldämpfer, dämpft den Schall ja angeblich, aber wenn dieser Bullet Crack dann immer noch so laut ist und hörbar ist, trotz Schalldämpfer, weil der das Projektil ja nicht verlangsamt, sogar beschleunigt, wie kriege ich meine Waffe denn erst richtig leise? Ganz einfach, man verwendet spezielle Munition. Sowohl in der Realität als mittlerweile auch in AMA wird dafür Unterschallmunition verwendet. Das Kaliber spielt dabei erstmal keine Rolle, sondern das Gewicht. Paradebeispiel dafür ist zum Beispiel die neue Waffe. Das ist die Kier, oder besser gesagt ASP-1 Kier. So, da habe ich mir so gerade mal in die Hand gedrückt. Das Ding ist ganz schön krass. Es hat einen eingebauten Schalldämpfer und benutzt Unterschallmunition vom Kaliber 12.7. Heftig. So. Man darf sich jetzt aber nicht täuschen. Das Ding ist keine absolute Killermaschine als Scharfschützengewehr an sich. Das Ding ist keine absolute Killermaschine als Scharfschützengewehr an sich. Das liegt an der Munition. Also, wir haben jetzt zwar hier den Fall, dass man keinen Bullet Crack hat, also kein Geräusch vom Überschreiten der Überschallgeschwindigkeit, weil die Munition eben mit Unterschallgeschwindigkeit fliegt. Ich demonstriere. Dafür ist die kinetische Energie allerdings auch um einiges schwächer als die von Überschallmunition. Das heißt, man hat zwar auf kurze Distanz den Vorteil, es ist bedeutend leiser. Es ist eine der leisesten Waffen im Spiel, ganz klar. Allerdings lässt die Reichweite und Treffsicherheit sind dafür extrem bescheiden. Also, weiter als 300 bis 400 Meter kann man hier mit kaum schießen, was einfach am Gewicht des Boykils liegt. Das heißt, das Projektil fällt schneller ab, geht schneller Richtung Boden. Macht Sinn, ne? Genau, macht Sinn. Ich demonstriere es jetzt aber nochmal. Also, hier, das ist ein bisschen was. Das ist Sinn, Moment. Zwischen uns beiden sind es jetzt genau, Überraschung, 300 Meter. Genau, das heißt, das ist noch eine vernünftige Reichweite für die Waffe, würde ich sagen. Das heißt, es ist gerade noch so benutzbar. Ich bin jetzt wieder am selben Fleck wie vorhin. Ich schieße jetzt auf dich und jetzt wirst du keinen Bullet Crack hören, weil diese Waffe eben, wir hatten es ja gerade besprochen, mit Unterschall an mir vorbeifliegt. Genau. Und dann wird die Luft zwar verdichtet, aber nicht so sehr, dass dieses Ding jetzt da passiert. Richtig, das heißt, was du gleich hören willst, ist einfach nur ein, quasi ein Swoosh. Achtung. Und? Ich habe hier gar nichts gehört. Nicht? Null. Da muss ich vielleicht sogar noch näher. Ja, dieses Swoosh ist auch extrem leise. Jetzt auf deiner östlichen Position. Achtung. Jetzt was gehört? Ja, ganz leise bei 220 Meter. Richtig. Okay, gut. So, das ist das Thema Bullet Crack, okay? Genau. Was heißt das jetzt für uns im Spiel? Das heißt, wenn wir das Ding hören und den Schützen nicht bestimmen können. Genau, das heißt erstmal spielerisch zusammengefasst Folgendes. Wenn auf euch geschossen wird und ihr dieses laute Zischen hört, dann wisst ihr immer, okay, das ist jetzt nicht das eigentliche Schussgeräusch, sondern eben dieser Bullet Crack. Und der sagt überhaupt nichts darüber aus, wo jetzt gerade der feindliche Spieler oder der feindliche Schütze ist. Ansonsten, die Wahl der Ausrüstung und der Munitionsart kann tatsächlich was bewegen. Und vergesst nicht, ein Schalldämpfer macht eure Waffe an sich zwar tatsächlich ein bisschen leiser, weil es den Austrittsdruck quasi mindert, indem das Gas da rauskommt. Allerdings, nicht vergessen, die Kugel fliegt oder das Projektil fliegt immer noch mit Überschallgeschwindigkeit. Das heißt, ab dem Zeitpunkt des Austretens macht es einen extrem lauten Krach, der ebenfalls gehört werden kann. Und ihr erzeugt immer noch einen Bullet Crack. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit der Kier, die schallgedämpft ist und mit Unterschallmunition schießt auf Rosi Feuer. Oder eben mit einer Waffe, die nicht schallgedämpft ist und Überschallmunition benutzt. Beispiel das gute Ding hier. Also nicht vergessen, wenn ihr eure Waffe richtig leise bekommen wollt, Schalldämpfer und Unterschallmunition. Alles klar. Okay, gut. Das klang fast nur wie die Sesammstraße und keine Drogenkinder. Wenn ihr eure Waffe richtig leise bekommen wollt, dann benutzt ihr einen Schalldämpfer und eure Unterschallmunition. Klingt komisch, ist aber so. Ja, ich denke mal, damit hätten wir das Thema erklärt. Wenn noch Fragen dazu sind, haut sie in die Kommentare. Leon wird den ganzen Tag drauf warten und den ganzen Tag was beantworten. Ich werde mich da ganz dezent zurückhalten und einfach nur zusehen, dass wenn ich beschossen werde, in Sicherheit komme. Es ist übrigens gerade halb eins. Also ich bitte, um die mangelnde Qualität in Organisation zu entschuldigen. Wir haben vor circa einer halben Stunde gesagt, hey, das fangen wir jetzt an. Ja, alles klar. Gut, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Yeah.